Ja hallo und herzlich willkommen bei IT2Hail Video Tutorials. Dies ist das vierte Video der Serie Mail Server unter Linux. Wir werden uns heute mit der Installation des Zarafa Servers beschäftigen. Zuerst, es wird gezeigt, wo wir momentan sind und was wir tun werden, damit man den roten Faden nicht verliert. Danach es wird praktisch gezeigt, wie man schrittweise den Zarafa Server installiert. Und zuletzt, wir werden die Installation testen, um sicher zu sein, dass alle Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden. Es wurden im ersten Video gezeigt, dass die ersten drei Schritte für jedes Installationsszenario durchgeführt werden sollen. Wir werden uns heute mit dem dritten Schritt beschäftigen. Dabei werden wir den Zarafa Server runterladen und installieren. Zuerst werden wir mit dem Tool Vigit den Zarafa Server von den Zarafa Website runterladen. Dann werden die Abhängigkeiten mit dem Tool erst installiert und danach starten wir das Installationsskript. Aus dem Grund, dass SUSE Linux nicht alle benötigten Packages enthält, die Restabhängigkeiten werden wir mit dem Tool RPM installieren. Dann starten wir das Installationsskript install.sh, um die Installation abzuschließen. Zuletzt, wir werden die Installation mit Web Access Client testen. Um den Zarafa Server herunterladen zu können, wir gehen auf die Webseite www.zarafa.com und wir gehen auf die letzte Version. Hier, letzte Version ist Zarafa 7 und dann gehen wir auf Zarafa Packages. Wir benutzen SUSE Linux, die Version 11 und die 32-Wid-Version. Dann wird Download in ein paar Sekunden gestartet. Wir brechen es einfach ab und wir gehen auf den Link und wir sagen Linkadresse kopieren. Dann gehen wir auf unseren Linux Server. Dann wechseln wir zum Verzeichnis Opt, wir schreiben Vigit und wir klicken rechte Maustaste. Damit wird das Package von der Download-Seite vom Zarafa Server heruntergeladen und im Verzeichnis Opt gespeichert. Nachdem Download abgeschlossen wurde, wir schreiben in S-Al und wir sehen Target-Set Package von unserem Zarafa Server. Dann schreiben wir da xvzf, um diesen Package zu entpacken. Dann wird ein neues Verzeichnis automatisch erstellt. Wir wechseln zum zcp-Verzeichnis und dann schreiben wir ls. Wir sehen hier zwei Shell-Skripte, install.sh und ein install.sh zum installieren und deinstallieren. Dann starten wir ein Shell-Skript, install.sh. Drücken wir weiter. Und wir sehen, dass irgendwelche Abhängigkeiten nicht richtig installiert sind. Dann starten wir das Tool Yast, gehen wir auf Software, Software Management und wir suchen nach Apache2-mode-php5. Dann markieren wir das Package zum installieren. Nächster Package ist php5-getext. Danach suchen wir nach php5-zlib. Und zuletzt suchen wir nach sys-state. Dann gehen wir auf Accept und die benötigten Packages werden von dem Tool Yast installiert. Wir starten nochmal das Installations-Skript install.sh. Und wir sehen, dass viele Abhängigkeiten schon installiert sind, bis auf einen. Diese cat-doc. Dann schreiben wir ls. Und wir sehen, dass das cat-doc ist mitgeliefert mit den Packages von zarafa-server. Dann schreiben wir fp-i für install und dann cat-doc. Und damit ist das Package auch installiert. Install.sh continue. Und wir sehen, dass die Installation läuft jetzt weiter. Die Meldungen, die kommen ungefähr bekannt vor. Das ist genau Output von chk-config, was wir mehrmals benutzt haben. Jetzt werden ein paar Fragen gestellt. Wir werden fast alle Fragen mit Ja beantworten. Aber das ist nur in einer Testumgebung. Bitte in einer produktiven Umgebung die Frage entsprechend beantworten. Okay. MySQL ist ein Localhost, ein Port 3.3.0.6, ein Root. Zum Beispiel hier Root für MySQL ohne Passwort. Das werde ich in einer produktiven Umgebung nicht machen. Database ist zarafa. Logfiles, das Verzeichnis. SMTP-Server ist auch ein Localhost. Logmethode syslog. Logfiles. Warning-Mails werden einmal pro Tag geschickt. Noch einmal mit dem Logfiles. Dann wird gefragt nach dem Bob-Drive und IMAP. Vielleicht die einzige Frage, die wir erstmal mit Nein beantworten. Dann Gateway. Ja. Und die Services werden entsprechend konfiguriert. Wollen wir den Zarafa-Server starten? Ja. Die Services werden entsprechend konfiguriert. Ist eigentlich die Installation ziemlich einfach. Und damit sind wir fertig. Um die Installation zu testen. Wir starten einen Webbrowser nach dem neuen Fenster. Geben die IP-Adresse unter 92, 168, 178 und die 20. Jetzt, wie wir schon erwähnt haben, gibt es zwei Clients. Einmal den Web-Access oder die neue Version, der heißt Web-App. Und damit ist unsere Installation abgeschlossen und getestet. Jetzt kommt die nächste Frage. Wie kann man sich einloggen? Diese Frage werden wir in den nächsten Videos beantworten. In diesem Video wurde die Installation des Zarafa-Servers demonstriert. Zuerst wurde gezeigt, wo wir momentan sind und was wir tun. Danach wurde praktisch gezeigt, wie man schrittweise den Zarafa-Server installiert. Zuletzt haben wir die Installation des Zarafa-Servers getestet. Im nächsten Video werden wir uns damit beschäftigen, die Zarafa-Architektur vorzustellen.